heute herzlich willkommen zurück anscheinend liegt er ja jetzt hier es ist ein bisschen schräg dass sie irgendwie immer im kopf labert und nicht räumlich haben wir noch vom niveau und ich bin halt audiophil das ist halt bescheuert aber was hat man schon mit max pain 2 damals besser hinbekommen wo ist er denn gerade einfach gespawnt hier das ding ist so viel praktischer per riss wenn es da von alleine schießt vielseitig ja richtig krasse action ja möchte ja gerne wissen wofür es diese errungenschaft da gab ne vielseitig 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 gegner mit allen acht kräften getroffen aha ok ja und die letzte kraft dazu die habe ich gerade vor kurzem bekommen gehabt verstehe ja 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 jetzt geht es klar ich bin auf den zeppelin wahrscheinlich drauf kommen jetzt noch nehme ich doch an umkehren mit c das so schlauer befürchte nicht schalte den zeppelin aus wie soll ich denn das machen das ist ja sowas wie ein rakettenwerfer vielleicht haben oder so hmm Oh, vielleicht kann ich irgendwas mit dem Karabiner machen. Scheint aber nicht so. Hm. Ah, da gibt's was zum Schießen, alles klar. Ah, da gibt's was zum Schießen, alles klar. Ah, da gibt's was zum Schießen, alles klar. Okay. Okay. Ah, da wartet schon einer auf mich. Oh, noch mehr wartet auf mich. Ach, ne Schande. Aber gut. Dann wollen wir mal gegen die in Krieg ziehen hier. Okay. 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 Oh, hier geht anscheinend nichts. Okay. 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 Oh, mein Gott. Wo häng ich da fest? Gibt's ja gar nicht. Okay. 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 was macht er so leicht? Hahaha. Oh shit. Holy shit. Na, wohin runter? Haha. Oh man. Tja, wohin? Ich glaub ich bin jetzt grad gelackmeiert hier. Da muss man eine runde looten. Ja, und dann stirbt er halt irgendwann. Kann ich die Aktion nochmal machen oder? Was soll das werden hier? Ne, ich bin anscheinend runter von dem Teil. Gibt's hier gar keine andere Möglichkeit, als dass man stirbt, ja? Sehe ich das so richtig? Es ist wichtig zu wissen wegen der Story. Zumindest ist definitiv nicht uninteressant. Und das verrät uns einiges. Ich möchte nicht spoilern, aber ich möchte das mal so festhalten. Unimmativen. Unimmativen. Es ist wichtig. Was macht den Besuch erst problemen? Ja. Dann testen wir den Besuch qui nicht. ja dann mach doch mal auf hier oder was? achso, ja, ne, ist klar hm, 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 hm jo ja ja dann sag ich mal bis zum nächsten mal, wenn´s wieder heißt Bioshock Infinite in it.